Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel namens Road to Guangdong. Noch gar nichts davon gespielt. Wir springen rein und schauen, was auf uns kommt. Okay, das scheint unser Auto zu sein. Also schön, dann mal los. Oh, die Sachen gehören alle Baba und Mama. Okay. Und dein Baba, mit B-A-B-A, ist gut, hat in diesem Lager seine alten Sachen aufgebaut. Ich habe nach dem Unfall noch mehr von ihnen, von ihren Sachen in der Reihe gebracht. Du kannst sie ja später in Ruhe einmal durchsehen. Heute sind wir nur hier, um den Wagen abzuholen. Ich dachte, Baba hätte Sandy schon vor Jahren verkauft. Das heißt, Sandy, okay, deine Guma konnten es nicht ertragen, sie zu verkaufen. Das war die ganze Zeit über hier. Okay, wo ist der Mechaniker? Funktioniert Sandy denn noch? Und darf ich ein paar Sachen durchsehen? Fragen mal, ob es noch funktioniert. Jetzt müssen wir hier rausfinden und dann musst du sie zu einem Mechaniker bringen. Okay, gucken wir mal, ob wir ein paar Sachen durchgucken dürfen. Ja, aber nicht jetzt. Okay, wir sind schon zu spät. Wo ist der Mechaniker? Er ist in der GRU-Werkstatt. Sag ihm, dass Grace Tong dich geschickt hat. Er hat versprochen, mir einen guten Preis zu machen, wenn wir Sandy heute vorbeibringen können. Okay. Wie komme ich denn dorthin? Das ist gut. Das ist ganz leicht. Liege auf die Hauptstraße ab und bleib auf ihr. Okay. Nach etwa fünf Minuten siehst du es zu deiner Rechnung. Ich habe dem Mechaniker diese Notiz. Du musst ihn nicht bar bezahlen. Er schreibt dir eine Rechnung, wenn er fertig ist. Okay, ich gehe jetzt. Gut. Alles klar. Kanal wechseln ist fürs Radio. Modus starten Space. Wagen überprüfen. Ist das Backspace? Ja, das ist Backspace. Okay. Optisch. Können wir mal gucken. Können wir rausholen? 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 Nein. Okay. Sulla ist nicht mehr das vierteste Rad. Aber okay. Hier zurück. Motorhaube mal öffnen. Motor ist auch weit so gut. Der Filter sieht gut aus. Batterie? Darf ich mir nicht angucken. Okay. Aber zurück in den Wagen ist auch wieder Backspace. Das ist okay. Gut. Dann wollen wir mal. Ich denke mal, wir sind auf der Hauptstraße. Dann wollen wir mal gucken, wo der Mechaniker ist. Ich hoffe, Musik mäßig ist das hier alles in Ordnung. Hier haben wir zwei Radio-Kanäle. Nach oben wird, glaube ich, auch angezeigt, wie weit wir noch entfernt sind. Ich weiß auch nicht, ob wir automatisch... Okay, aber wir werden automatisch eingehalten. Okay, wir sind beim Mechaniker angekommen. Sehr gut. Hallo. Oh, hallo. Ich wollte dich nicht erschrecken. Kein Problem. Kann ich dir behilflich sein? Ach so. Nee. Ray Strong schickt mich. Sag, du würdest mich erwarten. Ich habe eine Notiz von ihr. Lass mal sehen. Will das hier eine Rechnungsstelle? Nur einmal bat ich sie um einen Gefallen für eine Reservierung im letzten Minut am Valentinstag. Und sie reitet immer noch darauf rum. Haha. So, sie. Also so. Ich muss also Peters Tochter sein. Jo. Du kanntest mein Vater? Ja, er war ein guter Mann. Ich habe ihn wegen Sandy aufgesehen. Zu mir schrecklich, gleich wegen des Unfalls. Danke, ich bin ganz Sandy auch. Ah ja, mein Vater kümmert sich immer um Sandy, bis ich die Familienwerkstatt übernahm. Dann schauen wir uns lieber mal an, wie es ja nicht so geht. Hm. Frau Tong hat einen Höchstbetrag festgelegt, den sie ausgeben möchten. Ich komme dir entgegen und berechne dir nur die Arbeitszeit. Dazu bekommst du einige Ersatzteile kostenlos. Ich zeige dir, was repariert werden muss. Und du entscheidest dann, was du tun willst, bis das Geld aufgebraucht ist. Ah, dein Goomer will auch, dass ich dir genau erkläre, was ich tue. Ich denke, sie will, dass du lernst, wie man sich um Sandy kümmert, falls sie unterwegs kaputt geht. Alles klar. Ah ja. Wir lieben uns herumzumassen. Ich war immer bei Mama, wenn Sandy von uns Reisen wieder auf Vordermann brachte. Das braucht mich zu hören. Und es gibt sogar eine ganze Menge, was du selbst in Ordnung bringen kannst. Man braucht nur einen Mechaniker für große Sachen wie Motor oder Triebe. Ich führe eine vollständige Überprüfung durch und sage dir dann, was gemacht werden muss und wie viel es kostet. Angefangen bei den größten Problemen. Ich werde hier sein, wenn du bereit bist, loszulegen. Also hast du irgendwelche Tipps, wie man mit Sandy umgehen? Oder solltest du deine Goomer fragen? Sie kann den weinen am besten. Goomer kann fahren. Ah ja, Sandy hat ihr gehört, was sie dann deinem Vater schenkt. Alles klar. Ich war ein kleiner Junge, als ich Sandy zum ersten Mal in unseren Werkstatt brachte. Das wusste ich nicht. Ich muss Goomer fragen. Trotzdem, ein paar Tipps. War nicht zu schnell? Das klingt wie Goomer. Na ja, Sandy ist alt und verschleißt du dir Motor und die Getriebe, wenn du schnell fährst. Und ständig andere Autos überholst. Oh. Okay. Ja, das stand zwar auch da, aber das war auch mein Gedanke. Bald den Ölstein-Anzeigen im Auge, wenn er schnell fällt, hast du wahrscheinlich einen Leck für Merkel, sonst sowas. Frau Tong sagt, dass du ganz schöne Strecken fahren würdest. Am besten ist, wenn du deinen Vorrat an Öl und Benzin dabei hast und es dir unterwegs nicht ausgeht. Super. Okay, Ausmaß kritisch. Gut. Nicht gut. Meine Reifen. Mein Luftfilter ist halbwegs Sprott. Der Keilriemen. Wo sind wir jetzt meine Vorderreifen? Vorderreifen rechts, wenn ich es richtig sehe. Vorderreifen links. Okay. Ah ja, wenn wir nicht sicher sind, was wir reparieren sollen, dann sollen wir mit dem Ex-Problem anfangen. Okay, das haben wir ja schon mal. Äh. Die habe ich jetzt übersehen. Ach, da können wir ersetzen. Alles klar. Ja. Ja, ersetzen wir. Mit 400. Okay. 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 Neues, perfektes Rad. Können wir auch ersetzen. Jawohl. Damit ich drücke immer Escape, weil ich zurück will. Mein Luftfilter. Benzin. Ölstein. Wie viel der Motor. Alles gut. Die Reifen sind echt Schrott. Wir wollen die Reifen. Erstmal meine Reifen fit machen. Haben wir noch einen Reifen? Ja. Nächster. Der wird auch ersetzt. Äh, Keilriemen war noch was. Oh. So, einen fetten neuen Keilriemen. Ja, Luftfilter können wir von mir aus auch gerne reparieren. Können wir nicht den kompletten Motor reparieren. Aber der macht das auch noch. Ölfilter ist auch gut. Öl. Komm, können wir theoretisch. Machst du uns das voll? Kostet ja nicht viel. Und Benzin machen wir auch noch voll. Okay. Okay. Wenn du dich gegenseit und Benzin hast, hat er nicht. Können wir noch? Haben wir kein Geld mehr? Okay. Bisher. Es war nicht so schwierig. Ich glaube, ich bin fertig. Zumindest für eine Weile ist es fertig für die Straße. Das kriegen wir hin. Ja, ja. Wir fühlen uns wohl mit dem Wagen. Er hat ein paar bessere Tage gesehen, würde ich sagen. Aber das geht schon. Ja, danke, dass du mir gezeigt hast, wie es funktioniert. Ich hoffe, dass Sandy nicht so auf den Geist aufgeht. Das hoffe ich auch. Und bevor ich es vergesse, hier ist die Rechnung für Frotton. Sie können sich beschweren, dass es teurer ist. Aber die Arbeit war notwendig. Sandy braucht noch einen neuen Ölfilter. Aber es ist okay, wenn du heute Abend zurückfährst. Ich werde einen Filter bei meinem Lieferanten bestellen. Du musst ja da, wenn du zurückkommst, um mir Rechnung zu bezahlen. Was ist denn auch sehr, dass ich gefahrlos fahren kann? Keine Sorge, es ist kein Problem zum Restaurant zurückzufahren. Alles klar. Ich komme dann wieder, um die Rechnung zu bezahlen. Die Ölfilter hat so. Kein Problem. Denk dran, sie ist nicht zu sehr hoch zu drehen, sonst gibt sie das Öl raus. Okay, wiedersehen. Die Frage ist jetzt natürlich, was heißt nicht zu sehr hoch drehen? Darf ich 60 fahren? Darf ich 40 nur fahren? Ich weiß es nicht. Ich darf mich überholen, dieses. Fahren wir um die 40. Wir haben einen kleinen Panda im Auto. Das ist niedlich. Wir holen sogar mit 40, 50, holen wir die Leute ein. Ein bisschen überholen darf ja, dafür wird drin sein. Na komm, 60 muss drin sein. Zumindest 50. Sind eh schon angekommen. So alles im grünen Bereich. Guma, Sennys reparieren und ich habe die Rechnung von Mechaniker. Ist aber teuer. Wenn man denkt, wie viel Arbeit er investiert hat, haben wir einen wirklich guten Rabatt bekommen. Naja, er bestellt auch einen Ölfilter. Er wird da sein, wenn wir hinfahren, um die Rechnung zu bezahlen. So schnell, gut, gut. Ich denke, wir müssen auch Ersatzteile besorgen, Sennys halt. Was ist das denn nicht? Noch mehr Geld? Seine Freundin mochte unser Bim Sum sehr, als sie das letzte Mal hier war. Wir können ihm einen Gutschein für unser spezielles Jungcha-Angebot geben, mit dem er sein zukünftiges Schwierigereiter beeindrucken kann. Hier, kümmer dich darum. Ich bin mir sicher, dass er sich darüber sehr freuen wird. Es ist wichtig, gute Beziehungen zu pflegen. Sie haben so viel für Sandy getan. Ja, das sagte er. Guma, warum bereiten wir Sandy auf eine lange Reiseform? Komm her und setz dich zu deiner Guma. Ich erkläre es dir. Dieses Restaurant befindet sich schon seit langem im Familienbesitz. Er wurde deinem Vater übergeben, weil er der Älteste Sohn war. Als er es dir in seinem Testament hinterließ, war das ein kleiner Schock für die Familie. Okay, hat er niemals erwähnt? Auch niemand von uns hat das erwartet. Also müssen wir die Sache richtig angehen. Wir müssen alle davon überzeugen, dass du da bereits so bereit bist. Aber wie? Wir werden alle besuchen, um uns ihren Segen abzuholen. Okay, dein Vater hat jedes Jahr das Abendessen zum Frühlingsfestival im Restaurant veranstaltet. Was musst du das jetzt auch tun? Ich erinnere mich daran, obwohl ich das letzte Jahr nicht zum Frühlingsfestival gekommen bin. Und die letzten Wiedersehensessen waren ruhig. Es wird so schön sein, alle wieder zusammenzubringen. Ja. Oh, und jedes Mitglied der Tong-Familie hat ein geheimes Rezept. Vielleicht kannst du sie bekommen und versuchen zu erfahren, wie man sie kocht. Vielleicht kannst du ein besserer Koch werden und die Küche der Familie Tong besser verstehen. Und wenn wir sie auf die Speisekarte setzen können, könnte es dem Restaurant helfen. Es gibt so viel für mich zu lernen, Uma. Ja, und du musst hart arbeiten. Wieso hat Baba mir das Restaurant übergeben? Ei, ich weiß es nicht. Das wird nicht einfach werden, aber ich weiß, dass du dein Bestes geben wirst und das ist alles, was zählt. Danke, Uma. Ich hätte mir nie träumen lassen, hier zu arbeiten. Ich habe Baba bloß in den Ferien ausgerufen. Es ist ein Glücksbrüß. Einige von uns arbeiten ihr ganzes Leben lang hart und bekommen keine solche Gelegenheit. Guma, ich werde dir helfen, aber du musst auf Guma hören und hart arbeiten. Ja, Guma. Okay. Guma, warum benutzen wir denn Sandy? Wenn es nicht besser wäre, wenn wir ein Auto mieten oder den Zug nehmen würden? Ei, ei. Das Sandy gehört zur Familie, aber die Reise wird natürlich teurer. Hm. Willst du Guma loswerden, wenn ich zu alt bin? Ich weiß, du weißt das nicht so. Dann bist du fest und nicht mehr. Ich dachte, du hast gar keinen Führerschein. Das ist so lässig, deine Guma herumzufahren. Nein, aber... Aber was? Guma ist schon mehr als genug gefahren. Jetzt bist du an der Reihe. Alles klar. Die Reise wird absolut nostalgisch. Diese Reise wird absolut nostalgisch, ja. Äh. Sannys Einsicht. Nutze Sannys Einsicht. Ich wollte dich nicht verärgern. Der Mechaniker sagt mir, dass du früher gefahren bist. Hm. Der Mechaniker ist eine echte Plaudertasche. Ich bin nicht furchtbar gern gefahren. Wir haben Sandy für das Restaurant gekauft, als ich jünger war als du. Wow. Mama wusste es nicht, aber dein Baba und ich schlichen uns oft spät in der Nacht raus. Wir sind ziemlich weit gefahren, um neue Essensstände auszuprobieren, von denen wir hörten, sie seien gut. Dann hast du Baba dem Wagen geschenkt. Als ich in den Ausbildungen ging, dein Baba hat damals die Restaurant schon fast geleitet. Er liebte Sandy, also wusste ich, dass er sich sehr gut um sie kümmern würde. Das hat mir aber nie gesagt. Ai, ai, das ist so lange her. Ja, bevor ich es vergesse, hier ist das Geld, das ich für diese Reise vorgesehen habe. Wir zahlen damit den Mechaniker und behalten den Rest für alle Ausgaben, die wir später haben. Überleg mir gut, für wie früh du es ausgibst. Wenn es zur Neige geht, müssen wir hier jetzt bekommen. Oh, 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 oh. Was? Ich bin froh, dass wir diese Reise zusammen haben. Ai, ai, das ist halt, das ist doch kein Zeitverschwerden. Schon jetzt schmerzt, wenn ich an die lange Fahrzeit denke. Mal los. Sind wir bereit? Ja. Ist immer bereit. Und du? Ja, ich denke schon. Worauf warten wir dann noch? Nichts kümmer, los geht's. Alles klar. Gut, ich denke mal als erstes mal wieder zur Werkstatt. Wird gerade einfach abgebrennt. So, Werkstatt, wir sind da. Spiel wird gespeichert. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Zeitpunkt, hier einen kurzen Katzen machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschau, 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 tschau. Tschau, tschau. Tschau, 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 tschau. Bis zum nächsten Mal.